so hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft survival games wir befinden uns hier auf den minecraft hunger games auf den zauber hypixel und ja es ist mein erstes let's play ich werde jetzt mal eine runde survival games zocken und mal gucken wie ich abschneide also ich habe schon ein paar runden gespielt und ich wurde ziemlich weggeklatscht hat mich ziemlich angekotzt weil es so klein ziemlich schnell und sächsischer akzent natürlich das ist ein bisschen gut wie spaß die alle in chönen schicken fuck so gucken wir mal hier das nur weg von den kommen erst mal ein paar kisten kriegen. Textur-Pack benutze ich keins, ganz einfach weil ich das normale Minecraft besser finde, also das Textur-Pack, es muss ja nicht so realistisch aussehen, aber Shader benutze ich, und zwar den Sonic, Eater und beliebige Shaders 10 und ich spiele auf der Minecraft-Version 1.8. Scheiße, ich finde gar nichts. Ich werde sowas von verkacken. Die killen sich hier gerade gegenseitig und kriegen die ganzen Stuff, übelst du auch Rüstung. Und ich hänge mit Holz-Scheiße rum. Und ne Goldhelm. Yeeeah. Oh, das geht's da. Guck mal was da oben ist. Das sieht wichtig aus. Wenn ich irgendwie hier hochkomme. Ah, Plugin kann man schon abbauen. Toll. Oh, was haben wir da hinten? Was ist Abgrenzung? Na klasse. Oh, was ist das? Oh, das ist da hinten. Sieht auch richtig aus. Wtf? Ich hatte einen scheiß Fert. So, ein Cocktail. Alter. Alter, hat er mich weggefickt. Das ist klingend. Mange. Wotend hat er das scheiß Fertig? Ich will auch eins. Der erklimmt hier. Uh. Hier oben wo ne Kiste. Kann ich da reingucken? Gar nicht, oder? Nee. Na da. Hat ja lange gedauert. Wieder mal. Jetzt fangen wir gerade an. Gerade mit den Survival Games. Oder generell mal online zu spielen. Minecraft. Das war eigentlich immer so ein Nebenbeispiel. Wenn ich gerade langweil habe. Und sinnlos irgendwas gebaut habe. Das ist der Kätz. Ich klinge immer nur mit dem scheiß Fert. Oh, kommst du wohl nicht hoch, ja? Darauf bin ich vor Rex dann. Falschschaden. Was ist denn jetzt da? Ich wünsche ihn jetzt. Ach da. Ach der Fmatch. Okay. Das gewinnt, ja. Und Schuss. Und Schuss. Ah ne. Ach der war ja noch einer. Oh shit. Hat er jetzt gewonnen? Na ja. Hm. So, da war's jetzt schon in der ersten Folge. Ging ziemlich schnell. Aber soll man machen. Ob das fortweg geklatscht wird. Oder wenigstens Suchtis. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.